Die ersten vier Jahre nach Geburt eines Kindes werden in der Pensionsversicherung als Kindererziehungszeiten mit einem monatlichen Wert von 1985 Euro bewertet. Wenn innerhalb der vier Jahre ein weiteres Kind kommt, stoppen die Kindererziehungszeiten vom ersten Kind und beginnen die vom weiteren Kind wieder bis zum vierten Geburtstag zu laufen. Pensionsversicherungsrechtlich ist der Abstand von vier Jahren zwischen zwei Kindern optimal, weil man dann den Gesamtbetrag ausschöpfen kann. Wenn Sie während der Kindererziehungszeiten wieder arbeiten, wirkt sich das sehr positiv auf ihre Pensionshöhe aus, weil das Einkommen aus der Erwerbstätigkeit zu den Kindererziehungszeiten hinzugerechnet wird. Nach wie vor ist es leider so, dass die Frauenpensionen um circa 40 Prozent niedriger sind als die Männerpensionen. Frauen bekommen durchschnittlich eine Pension von circa 900 Euro. Es gibt Möglichkeiten, die Pension zu erhöhen. Es gibt ein freiwilliges Pensionspicking. Der erwerbstätige Elternteil kann dem erziehenden Elternteil eine Kontogutschrift übertragen. Das geht bis zum siebten Geburtstag des Kindes und kann maximal bis zum zehnten Geburtstag des Kindes beantragt werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer freiwilligen Höheversicherung. Da braucht es natürlich einen finanziellen Spielraum in der Familie.